Wenn es um gesunde Ernährung geht, gibt es ein Lebensmittel, das allen anderen die Show stiehlt. Es ist so vielseitig und lecker und wenn du es mindestens einmal am Tag in deine Mahlzeiten oder Snacks einbaust, kann es dir jede Menge Vorteile bringen. Die Rede ist von Süßkartoffeln. Im heutigen Video erörtern wir, was mit deinem Körper passiert, wenn du jeden Tag Süßkartoffeln isst. Nummer 1. Gut für den Darm. Süßkartoffeln sind nicht nur ein Genuss für deinen Gaumen, sondern auch für deinen Darm. Dieser stärkehaltige kulinarische Star hat einen Nährstoff, der alles in Bewegung hält. Lösliche Ballaststoffe machen den Stuhlgang fester und weicher, indem sie Wasser absorbieren. Studien zeigen, dass der Verzehr von ballastoffreicher Nahrung zu einem regelmäßigen Stuhlgang beiträgt. Außerdem hält es dich von Darmkrebs fern. Eine Tasse gebackene Süßkartoffeln enthält 6,6 Gramm Ballaststoffe. Wenn du dich also jeden Morgen auf der Toilette schwer tust, dann probiere es doch mal mit Süßkartoffeln. Sie eignen sich hervorragend zur Linderung und Verstopfung, Durchfall und Reizdarm. Nummer 2. Gehirngesundheit. Süßkartoffeln sind auch die beste Wahl, wenn du etwas für dein Gehirn brauchst. Wer möchte im Alter nicht gut mit Zahlen umgehen können und sich an Menschen oder Ereignisse erinnern? Leider kann die Gehirnfunktion im fortgeschrittenen Alter nachlassen und Krankheiten wie Alzheimer und Demenz können früh auftreten und das Leben der Betroffenen und ihrer Familien schwer machen. Bestimmte Lebensmittel können die Gehirnfunktion verlängern oder sogar verbessern. Lila Süßkartoffeln zum Beispiel reduzieren Entzündungen im Gehirn. Entzündungen gelten als Vorläufer der Alzheimer-Krankheit. Das bedeutet aber nicht, dass du erst im Alter mit dem Verzehr von Süßkartoffeln beginnen solltest. Wenn du das Gefühl hast, dass du Probleme mit dem Gedächtnis hast, iss einfach mehr Süßkartoffeln. Nummer 3. Krebs bekämpfen. Eine weitere Eigenschaft, die unsere Aufmerksamkeit erregt, ist ihre Fähigkeit Krebs zu bekämpfen. Süßkartoffeln sind seit Jahrhunderten ein Grundnahrungsmittel in vielen Küchen. Die Menschen haben sich dieses Lebensmittel wieder angenommen und es aus den richtigen Gründen zu einer Modeerscheinung gemacht. Antozyane aus Süßkartoffeln sind dafür bekannt, dass sie lebensstilbedingte Krankheiten einschließlich Krebs reduzieren. In einigen Reagenzglas-Studien wurde festgestellt, dass Antioxidantien aus lila Süßkartoffeln Krebszellen des Magens, der Blase des Dickdarms und der Brust abtöten können. Nummer 4. Verbesserte Sehkraft. Wenn du in Zukunft keine Brille mehr tragen willst, dann sag einfach Ja zu Süßkartoffeln. Nicht nur Karotten sorgen für eine gute Sehkraft. Und eine bemerkenswerte Ähnlichkeit zwischen Karotten und Süßkartoffeln ist ihre typisch orangene Farbe. Das Beta-Carotin ist der Grund dafür, dass diese beiden Gemüse so ähnlich aussehen und genau die gleiche Wirkung auf deine Sehkraft haben. Eine Tasse orangefarbene Süßkartoffeln enthält siebenmal mehr Beta-Carotin, als du pro Tag brauchst. Das orangefarbene Fruchtfleisch der Kartoffeln kann dich auch vor Nachtblindheit schützen. Und Nummer 5. Schöne Haare. Die schmackhaften Süßkartoffelpasteten und dekadenten Eintöpfe verleihen dir nicht nur eine pralle Haut, sondern verjüngen auch dein Haar. Mit diesem Gemüse wird jeder Tag ein guter Haartag. Unterernährendes und lebloses Haar kann dir das Selbstvertrauen rauben. Das Haar neigt zu Haarbruch und ist spröde. Süßkartoffeln stärken den Haarschaft und nähren die Haarfollikel. Das geht nicht von heute auf morgen, aber regelmäßiger Verzehr kann dir dichteres Haar bescheren, Haarausfall und vorzeitiges Ergrauen verhindern, dank des hohen Vitamin A Gehalts in ihnen. Möchtest du jetzt noch wissen, welche 4 Lebensmittel du unbedingt vor 9 Uhr morgens meiden solltest, dann schau dir unbedingt das Video an, welches wir dir an dieser Stelle verlinken. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Vergiss auch nicht den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Video mehr verpasst.